Das Hotel Fagus liegt in Schaupron, Oedenburg in Pannonien. Die meisten Gäste des Hotel Fagus würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 79%. 36 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. 3 Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,1 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Zimmer Sauberkeit Häufiger Wäschewechsel Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5 von 6 Sonnen. Service 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Hotel allgemein Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogramm. Bewertet werden diese mit 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.